Musik 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 Oh, da habe ich gerade einen gesehen. Oh, da schau. Das sind noch welche. Mama, Mama. Schlecht, sehr schlecht. Die haben sogar Eisenschwörte. Jetzt weiß ich, warum die so gut sind. So. Ah, wo? Alter, jetzt schrecke ich mich schon vom Skelett. More Hexit, Alter. Alter, trifft der mich? Undere Konstruktion. Das kann ich aber laut sagen. Das ist an der Konstruktion. Oder sogar eine Kiste. Das ist der Kaktusel, mit. Auch nicht schlecht. Das passt alles nach oben. rein. Das da. Upsa. Das dann nicht mehr. Was ist das? Passt da, glaube ich, rein? Ne, auch nicht. Lass ich aber das dann mal da. Sehr gut. Hier mal... Hier mal weiter. So, weg. Das sind meine... Alle, was denn das? Was haben die? Was haben die? Ist das die Story von den Minen, warum es in Minecraft Minen gibt? Oh Gott. Oh Gott. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Mal rumgucken. Okay, tschüss. Okay, krass. Also, ich finde die... Ich finde es krass hier, wie die... Das können sie... Hm, jetzt ist er schon weg. Die bauen hier eigentlich... Minenschächte. Die bauen wirklich... Minenschächte. Das ist krank einfach nur. Okay, hier wird das einfach... Hier wird... Ah! Oh Gott. Alter! Alter! Überhaupt nicht. Überhaupt nicht erschrocken. Das ist eigentlich wieder so ein Blocker. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Tschüss. Junger Vater. Das krieg ich schwer wahrscheinlich... Im normalen Minecraft nie zu sehen. Bestimmt nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal zurück. Und suche jetzt erstmal eine Brustplatte. Äh... Ja. So. Dumm. 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 Man könnte hier natürlich die ganzen Schienen abbauen, aber... Pfff. Mh. Mh. Zu faul. Ne, kein Plan. Ich denke mir, so für was brauche ich die... Brauche ich wahrscheinlich im normalen Minecraft oder dann auch hier in Hexel. Und so lange tut mir mein Arsch weh. Das habe ich schon mal gesehen, das baue ich für irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr für was. Ah, für was brauche ich das? So, die meine auch schnell fertig. Ja. Äh... Ich wollte mal was probieren. Und dann ist das jetzt... Treppenwechsel? Oh Gott, das ist ein Arscher. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Du triff mich nicht. Gut. Okay, das ist hier so... Überwachungsturm... So langsam steigt mir nichts Adrenalin in die Knie. Was ist denn das? Wo bin ich jetzt hin? Wo bin ich jetzt hin? Wir waren hier noch nicht. Wir waren hier noch ganz und gar nicht. Was ich ja immer noch nicht verstanden, was es darstellen soll. Also... Ob das jetzt wirklich ein Gefängnis sein soll oder... Irgendwas anderes. Warum ich hier in die Kuh... Warum zum... Okay, ich frage einfach nicht. Oh... Wie ihr seht, man hat hier auch... Ah doch, da hat man... Da ist ein Eingang. Okay, hier geht's nachher irgendwo hin. Nichts Ding hat... Das ist ne Trap Chest. Okay, wo kommt man jetzt hier hin? Überhaupt nicht gut. Alter, der hat den voll... Push gegeben. Jetzt liegen die Sachen da unten, ey. Kacke. Haha. Weg. 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 Piss dich. Was, du kannst senkrelic nach oben schießen? Ziemlich verarschen ... Ich muss was essen. So, du bist weg. Gab's denn nicht noch? Nein. Irgendwo. War noch irgendwo noch. Kohle. Wow, eins. Wow, 20. Wow, 24. Haben wir ja auch 45. Oh, jawohl. Jawohl, ein Orange Backpack. Ach, wie ich mich freue. Wir haben hier noch ein großes Backpack. Da können wir auch noch überall Sachen rein. Oh, wir können ja eigentlich noch so viel mitnehmen. Was habe ich noch gesagt? Wir müssen zurück. Ach, Quatsch. Was wollen wir denn da? Wir machen hier unser Backpack voll wie was weiß ich was. So, von da oben kam ich ja. Das heißt, ich war hier... Ich war hier noch nicht drin. Boah. Okay, krass. Geil. Das war zu weit. Das war auch zu weit. So, das war richtig. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich fick dich. Habe ich es nicht gesagt? Anfernat. Das war für mich. Okay. Vielen Dank.